Ein herzliches Willkommen da draußen. Ich bin die René Asami und werde euch erstmal hier sagen müssen, dass ich erstmal nichts mehr aufnehmen werde für eine gewisse Zeit. Das ist kein April-Scherz oder sonstiges. Nein, ich nehme jetzt momentan nichts mehr auf. Grund ist halt, das hört ihr schon raus, ich bin erkältet. Und wenn man erkältet ist, dann wirken die Videos auch nicht gerade besonders gut. Also meine Stimme hört sich dann nicht mehr so gut an. Und man hört sich dann so verschnupft und kränklich an. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Und von daher werde ich erstmal eine Woche eine Pause machen mit Let's Play. Was aber auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen folgen wird, sind halt die ganzen Videos, die ich noch fertig bearbeitet habe. Die werden noch hochgeladen. Auf jeden Fall, das kann ich für euch mal was ganz Gutes tun. Und ich werde mich demnächst mit ein paar Leuten in Verbindung setzen, die mit mir Magica spielen möchten. Ich habe jetzt ein paar Leute gefunden, da freue ich mich. Aber ich werde denen auch erstmal Bescheid sagen müssen, wann es losgeht. Es muss mir erstmal besser gehen, bevor wir hier richtig durchstarten. Und ich werde jetzt erstmal Richtung Bett huschen und schlafen. Und darauf hoffen, dass es mir bald wieder besser geht. Aber eine Woche wird die Erkältung schon so dauern. Ich werde es aber ein bisschen beschleunigen mit viel scharfen Sachen und so alles. Und Tee und was weiß ich denn für ein Käse. Also ich werde dann mal losziehen Richtung Bett. Und ihr seid mal schönartig. Guckt einfach meine Videos. Fertiger aufs Ende. Man sieht sich.